hier heute sind wir zu einer weiteren folge pokémon smart edition der sechsten part sechsten folge von einem format schon gesagt pokémon smart edition und er letzten folgen stehen geblieben dass wir erst mal verloren haben gegen mike und jetzt und das pokémon extra weil wir uns schaffen das nicht ein bisschen schwer jetzt können wir uns überlegen ob dieses pokémon entweder wir flüchten oder für dieses moment anfang oder nur bekämpfen ich würde sagen bekämpft das mal gegen aber alles so stark ist das gleiche ist was ich mache alles perfekt und der klein sitzen ist einfach das spontan sagen würde und fangen proben setzt pokémon ein ja toll wie viel wurde gefangen und das erste pokémon gefangen und das in der ersten minute echt toll ein eintrag ich würde sagen nein möchte nicht das auch schon das pokémon wir sagen niemals auch schon ein bisschen würde ich sagen schon sagen trainieren müssen stärker wird so level 10 tauschen das immer so es kann immer als voraus schon sechste folgendes schon voraus auf das recht anstrengend als schwert zu schneiden aber macht das richtig spaß zu spielen und das einig was ich wirklich richtig mega schade finde dass man den tonig hört das ist das finde ich das ist so dass wir erst ihr hat jetzt ich höre ganze sound kann das ist mir voll cool noch richtig bock aber wenn ich bin ich würde ich weiß nicht so spaß macht wenn ich mache ich mache ich lasse es einfach so oder ich werde jetzt ein welches so dass ich werde ich versuche irgendwas hinzukriegen das programm auf nehme ich das gerade alles mit kaptaza studie auf am pc halt aber scheiße besiegt ich will nicht kämpfen das ist ein bisschen ab so müssen ansteiger werden und die auferste punkte eigentlich besitzt ja noch perfekt gläubel meistens vorspringereich hätte ich es eigentlich auf der mann können auch das heißt aber ich wollte es müssen dabei sein dass sie sieht dass sie auch wirklich recht nicht die schichte man kann auch schieten hier als wirklich alles weiß weg jetzt nicht kann ich immer wieder hier muss jetzt machen ich bin auch tot ich wollte es nicht wird es doch nicht kann ich ihn wieder zurück kommen hier also geht auch schon gelöst jetzt sehen wir zehn kommen kämpft 9 gut gleich wird sehen weiter wirken von den wir auch schon richtig cool weiter wieso erst mal genug gefahren also nicht gefahren sondern ja ich mal ist ich denke mal mein kopf gefahren aber jetzt wird überhaupt ein bisschen halt wo man gelevelt sogar bei welchem ist eigentlich perfekt nicht so viel aber und weg vom fenster auch noch wenn ich hier mit 20 dann will auch noch anders wenn das wird perfekt das war jetzt nicht tot die tot gut ich habe 20 dafür ja auch nicht na gut ähm die ganze vorhanden vorgenommen das machen ist auch uninteressant Versuchen wir nochmal wenig, da müssen wir echt weiter farmen. Oh, nee. ich bin tot ich hoffe das wird aber so hinfalten keine chance eigentlich keine chance möchte aber irgendwie schaffen aber ich komme das versuche ein schon ein machen genau wenn ich dann sage ich nein das ist halt keine lust mehr abzukämpfen oder so er hat schlechte schläg hat schlechte schläg 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 keine immer noch keine neue attacken als für dich gut immer fertig aufwärtig bisschen langweilig aber sorry tot habe ich keine chance habe ich für einen versuchte wirklich noch zeichen sind heute ist auch nicht so weiter das war das vielleicht ein bisschen langweilig wird jetzt aber ist mein letzter Kampfversuch jetzt ich bin auch noch getäubt habe ich keine chance ach komm ey was soll ich denn machen ist die so starr ich habe ich glaube ich nein und jetzt muss ich kämpfen oder was wird das jetzt machen naja jetzt kann ich kämpfen muss gegen kämpfen ok 2 kommt doch es gibt auch ein 2 kommt das ist lustig was man da muss ein feuer brauchen wir müssen hier vorher bekommen was dann pflanzen pflanzen pokémon ich habe sie nicht stark genug wir müssen irgendwie schaffen egal schwer dass auch wir müssen irgendwie schafft zu besiegen irgendwie irgendwie egal wie aber wir müssen irgendwie zu besiegen zu schaffen das ist so schwer weil sie es überhaupt schaffen ich schaffte nicht mehr allerdings müssen wir geschaffen mit den trennen zu besiegen also die aber ist müssen wir schaffen direkt tauschen angreifen beide gelevelt wir schaffen es ne also ein stein pokémon könnte man einfach ankommen wenn stein pokémon können wir wirklich vorankommen glaube ich also kein stein aber das gibt es hier nicht für dieses pokémon ein pokémon könnte vielleicht nicht trommeln gucken wir vielleicht ob wir zu früh mal einen ballon benutzen können beutel beutel backbäckchen ok einwärtig öffnen um ich möchte aber ungern ihn geht das oder was deswegen pokémon für holen da 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 schnell 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 nein ich möchte nicht kämpfen nein zumindest möchte ich dieses tag nochmal beilernen cool dann gab es jetzt etwas sehr langweilig hier aber den trainer der sicht was hat er eigentlich nichts zu sagen hier drinnen ein bisschen drinnen flächen die fünften die fünften genau hält das vor tod so weil wir hier nicht ansitzen ein pokéball pokéball gefangen und jetzt versuche ich das pokémon hab ich schon mit 9 pokémon gefangen je, happy wo es vielleicht pokémon ist das passt schon mal nicht dann weiß ich auch nicht ich hoffe ich komme hier noch oh geh weg geh weg in der Folge werde ich ein bisschen länger überziehen muss ich nicht weiter kommen schon ganz lange entstanden komm ich nicht weiter komm 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 so da ist es doch pokéball fangen jetzt muss noch ob es vielleicht klappt was steht daran man kann nicht erlernen was ist das denn überhaupt gegen eine lernt werden noch nicht schon wieder in der tag nicht werden vielleicht viel besser schaffen ach komm jetzt komm ich wieder auf den zu oder was wir könnten besiegen wenn du weißt dass man zumindest bis ich weiß zumindest besiegen können ich weiß zumindest besiegen können das weiß ich zumindest jetzt kann ich vielleicht schaffen wir können wirklich besiegen mädchen das machen wir jetzt eben noch leute diesen pokémon können wir wirklich besiegen wir können den pokémon besiegen wir müssen jetzt schaffen echt ein harter kamper wir können es wirklich schaffen wir müssen besetzen scheiße naja ich kann auf jeden Fall es ist immer knapp also echt knapp glaube ich dass ich immer knapp zu gewinnen das ist immer knapp zu gewinnen ich bin echt knapp zu gewinnen immer recht knapp scheißegal müssen damit es ergang aufzoll ist die voll überlenkte folge bitte 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 einmal noch ja mann ist besiegt bitte eine letzte chance ja 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 ich hab's geschafft schwer besiegt pokémon trainer mike bohrmann war das anstrengend ach du schade du bist besser als ich gerade gedacht rovin gewinnt 900 übelst heftig aber übrigens ich habe mr breck im lütenwald gesehen und ob du bist gerade hier gezogen daher kannst du das nicht wissen bis der breck war seefahrer ich gehe direkt zu pokémon center das machen wir auch in der nächsten folge wenn es ihr gefallen hat lasst du sie werden sag ich mir jetzt ist es war jetzt nicht so spannend aber sehr 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 anstrengend die folge ich will schwitzen das ist so anstrengend weil das problem ist wir haben jetzt 23 fast 24 minuten was aber so lange 23 minuten 14 23 minuten 40 das war so eine überlangte folge aber wenn es euch trotzdem gefallen habe ich mir positiv werden freuen vielen dank fürs zuschauen wenn ihr mehr wort schreibt in den kommentaren auf drei leute und ciao ciao